Hallo! 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 Achso, hier ist Herr Wolf. Ich spreche jetzt hier auf den Anrufsbeantworter. Herr Dickmann, der Rubicon ist überschritten. Ich bin ja gerade auf dem Weg zum Emir, da höre ich Sie wollen ein Bericht veröffentlichen. Das ist ja wohl das Letzte, Sie aufgebladenen Arsch. Sie können sich wünschen, die hier wollen gewesen zu sein. Es wird nicht geben, Sie aufgebladenen. Herr Dickmann, Herr Dickmann, Herr Dickmann, Herr Dickmann.